UNTERTITELUNG Gesteigt, fertig, alles, Rucksack, Schuhe ... Das ist auch noch schön. Der ist ja für der Schufahrung, gell? Nein, nein, ich komm von oben. Einmal auch so ein bisschen beieinander. Genau. Und damit konzentriert gehen. Jo. Oh, ich soll nicht. Oh, ich soll nicht. Das geht besser. Gell? So schön nach oben. Oh, ich soll nicht aus. Okay, ich soll nicht nach oben gehen. Oh, ich soll nicht aus. Ich soll nicht aus. Dann streiten wir die Heimkischen und clasen. Oh, ich soll nicht. Bei fünfmalen K Schacher. Ich werde noch mitmachen. Oh, ich soll nicht aus. Ich schaue die Mähe an. Aber die Mauer kommt jetzt auch. Die Mauer kommt jetzt auch. Weiter. Schau. Das ist doch krass, wenn wir aus zu viel Geld und wir wollen das Geld bauen. Hallo, du brauchst du Geld? Nein, das können wir nicht mehr, ich brauche kein Geld. Das ist ein Kamerad. Kamerad, ja, ich bin am besten. Ganz genau, heim, mein Leben ist der. Das ist ein Kamerad. Genau, da kommt ein Alex, der ist ein Verwilder. Der hat das im Internet gelesen und dich extra gestern hinhabfohren. Er hat auf der Hand so echte Gehäste. Das ist ein Kamerad. Ich bin ein Kamerad. Ich bin ein Kamerad. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, liebe Bergkameraden. Kiri, oder? Ich bin nach Toste in Sitterol. Im Namen von der Schützenkompanie ist heute Wiener Köpfler. Ich will den recht herzlich begrüßen. Auf Sonntag alles gelte ich in die Berg- und Schützenkameraden Basilian. In Jakob mit seiner Musikanten. Und natürlich auch in die Berg- und Schützenkameraden versechsten. Und darüber hinaus. Freunde, wir können heute heroben vereinst stehen. Die Grenze von 1918 verliert die trennende Kraft. Und damit wächst zusammen, was in der Tiefe eigentlich alle beieinander war. Es ehrt mich ungemein, dass ich einen ganz kleinen Beitrag heute dazu mitleisten darf. Miteinander wollen wir im Namen unseres gemeinsamen Gottes beginnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinen Geistes. Unglaublich, wie hell und lang ein schlichtes Leben von einem einfachen Sechsteiner leichten kann. Sepp Inna Köpfler war ein Pionier. Als Bergführer, als Hüttenwirt von der Dreizehnenhütte. Als Gründer, als Erbauer vom Dolomitenhof im Fischleintal. War er so ein Mann der ersten Stunde für den Sechsteiner Tourismus. Heimat, Liebe und Bergbegeisterung waren Pulsschlag vor seinem Leben. Und Kameradschaft. Ich habe noch ein bisschen nachgelesen. Während des Krieges hatte er einen italienischen Soldaten, also einen von der feindlichen Armee, aus der Nordwand der großen Sinne ausgerettet, wo der sich verstiegen hatte. Gerade beim Auergehen hat es mir erzählt, im ärgsten Winter hat man sich geholfen gegenseitig, dass man irgendwie überlebt und danach wieder aufeinander geschossen. Ein einfacher Sechsteiner mit Heimatliebe, Bergbegeisterung und Kameradschaft. Ihren ganz bewusst den Gottesdienst heute eröffnet mit der Frage, was dich gerade bewegt. Ich wollte, dass spürbar wird, wie nah mir in vielem dem Sepp heute noch sein. Und doch war was ganz Besonderes. Nachdem durch eine Fehlentscheidung der Generäle der von den österreichischen Truppen bereits gehaltene Paternkofel aufgeben worden ist und dann von den Italienern sofort eingenommen worden ist, zeigte sich die unverzichtbare strategische Bedeutung des Berges. Der nächste Befehl lautete also Rückeroberung des Berges. Der verstorbene Bischof Reinhold hat zu dieser Art von kompetenter Kriegsführung gesagt, die damaligen Führer haben vom Gebirgskrieg gleich viel verstanden wie ein Kurschwaf vom Zentnutzen. Eigentlich war das ein Himmelfahrtskommando, dieser Befehl. Wie soll man so eine Felsbastion, die von oben gehalten wird, vom Tal weg erobern. Aber der Sepp sammelte an Trupp Verstandsschützen aus Bergführern und er wagte mit dem Wissen um ihre einmalige Ortskenntnis und mit dem Feuer der Liebe zur Heimat das Unmögliche. Und da zeigt sich für mich das Besondere von dir, Semmer. Du warst aus einem besonderen Holz geschnitzt. Unglaublich, wie lang und hell so ein schlichtes Leben von einem einfachen Sechstunner leuchten kann. Nach deinem Tod setzten dich die Italiener mit Ehrfurcht hier heroben am Gipfel bei, mit dem schlichten Holzkreuz. Und auf dem stand Sepp Innerkowler Gieder. Sepp Innerkowler Bergführer. Da war Ehrfurcht, aber für die Südtiroler warst du seither eine Ikone. Unglaublich, wie lang und hell ein schlichtes Leben leuchten kann. Aber erlaubt es mir einen zweiten Gedanken. Heimatliebe, Bergbegeisterung, Kameradschaft, die drei habe ich genannt. Aber Sepp, wenn ich versuche, dein Leben in den Händen zu halten, zu spüren, spüre ich mehr. Ich spüre, dass das Holz von deinem Leben das Holz des Kreuzes ist. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben hingibt für seine Freunde. Diese Liebe verwandelt Lebenshingabe ins Leuchten vom Ostermorgen. Das war nicht gleich bei Jesus so. Das war bei dir so. Dieses wirklich ergreifend schöne Gipfelkreuz mögt diese Botschaft hinaustragen weit in unser Land. Es mögt jeden berühren mit göttlicher Kraft, der Liebe durchfluten, der dieses Kreuz so angreift. Und das lädt ja ein. Gott mögt dieses Kreuz jetzt segnen, damit dein Leben, Sepp, zum Segen für viele wird. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben hingibt für seine Freunde. Gebt bis zum Tode geh'n, sei mit Mut und Herz verehrt, kreuzstammt Christi meines Herrn, Einstmals sehen wir dich verwehrt, strahlend gleich dem Morgenstern. Gebt bis zum Tode geh'n, Amen. Amen.